Das Frühjahr ist da und jetzt heißt es putzen, aufräumen, ausmisten. Doch wo soll man anfangen? Gerade im Keller gilt, aus den Augen, aus dem Sinn. Das kann schnell im Chaos enden. Das ist unser Keller. Wie schlimm der aussieht. Die Freundin steigt mir aufs Dach. Unsere Expertin zeigt, wie sie wieder Ordnung reinkriegen. Und dabei tauchen längst vergessene Schätze auf. Das ist was Altes. Das ist ein Diaprojektor von meinem Opa noch. Ich habe ihn noch nie benutzt, aber ich wollte ihn nicht wegschmeißen. Was darf bleiben und was muss raus? Wenn man weiß, wie es geht, kann Aufräumen sogar Spaß machen. Und dann geht es los, würde ich sagen. Alles klar. Es wird gut. Chaos in den eigenen vier Wänden sieht nicht nur unschön aus, es ist auch nicht gesund. Denn ein unaufgeräumtes Heim verursacht Stress. Das belegen zahlreiche Studien. Ordnung hingegen macht glücklich. Auch Sandro und Janine aus Berlin wollen das Frühjahr zum Anlass nehmen, um endlich aufzuräumen. Nicht in ihrer Wohnung, sondern ihr Problem liegt drei Etagen tiefer. Ich wünsche mir einfach mehr Struktur im Keller und eine Übersicht und einfach wirklich flexiblere Sachen reinstellen, schnell rankommen und irgendwie so ein bisschen mehr Flexibilität im Keller. Das wäre schön. Da musst du mir nicht so viele Sachen geben, die ich immer in den Keller bringen soll. Hier ist für den Keller, hier ist für den Keller, hier ist für den Keller, hier ist für den Keller. Ich sammle immer alles schön und dann bitte, krieg mal runter oder hol mal ein bisschen aus. Und oben ist der Keller auch mal voll. Also gibt es keinen Platz mehr. Ja, nein. Wie jetzt. Hilfe. Ihren Hilferuf schicken die beiden per Video an Britta Müller. Sie ist Aufräumcoach und unterstützt seit 2015 Menschen, Ordnung in deren Leben zu bringen. Hallo Britta, Sandro hier. Das ist unser Keller. Guck ihn dir an, wie schlimm der aussieht. Die Freundin steigt mir aufs Dach. Kannst du mir bitte helfen? Der Keller ist auf jeden Fall ein Klassiker, weil jeder hat einen oder hat irgendeine Kammer, wo man gerne mal was unter den Teppich kehrt. Und erst, wenn man dann sich verkleinern muss oder umzieht oder auch was auch immer, dann kommt so diese Frage, oh Gott, wie kriege ich das jetzt geordnet? Muss ich mich vielleicht doch von was trennen? Ist es einfach zu viel? Kann ich überhaupt treten? Sehe ich überhaupt noch, was ich da unten habe? Es ist immer ein ganz spannender Einsatz, so ein Keller. Am Montag war ja offizieller Frühlingsanfang und jetzt heißt es Aufräumen und Ausmisten. Aber manchmal weiß ich ganz ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Gerade der Keller ist so ein Ort, an dem landet alles, was man gerade nicht braucht. Und ruckzuck ist er voll und man findet nichts mehr wieder. Wie Sie so ein Chaos in den Griff bekommen, zeigt unsere Aufräumexpertin Britta Müller. Ah, Britta, hi. Guten Tag, hallo. Grüß dich, herzlich willkommen, komm rein. Ja, schön. Wie ist so euer Verhalten, was den Konsum angeht? Seid ihr so Vorratskaufmenschen oder habt ihr alles doppelt und dreifach gerne? Aufgrund, dass wir Zwillinge haben, haben wir sehr viel doppelt und dreifach, aber nur Spielzeug. Wie seid ihr so mit Wegwerfen, also Ausmisten? Also Keller ist eigentlich so letzte Aufbewahrungsstätte. Das ist ja auch Bewahrungsstätte, bevor es dann weitergeht und wo es dann hinkommt. Friedhof der Kuscheltiere, oder? So sieht es aus. Britta verschafft sich einen Überblick. Es geht nun darum, Ordnung und Übersicht zu schaffen. Dazu gehört, Dinge wegzuwerfen und zu entscheiden, was Sandro und Janine vielleicht noch verkaufen oder spenden können. Das ist unsere Abstellkammer. Ja, ist ein ganz klassischer Familienkeller. Das ist ja schon mal gut. Also hast du schon öfters sowas gesehen, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, dann sind wir schon mal beruhigt, oder? Also nicht ganz so schlimm. Ja, da legen wir gleich los. Es wird gut. Perfekt. Hoffen wir es. Wir freuen uns. Sandro und Janine haben über mehrere Jahre immer wieder Sachen aus der Wohnung in den Keller verfrachtet und nach und nach den Überblick verloren. Das soll sich jetzt ändern. Es geht los mit Ausräumen und Sortieren. Was war jetzt, damit du so ein bisschen weißt, wie es jetzt vorangeht? Wir machen erst mal jetzt die Aktion Ausräumen und ein bisschen Sortieren. Okay. Und da gibt es eben dann diese BSR-Hof-Geschichte, von wegen das kommt auf jeden Fall weg. Aber wird ein bisschen getrennt, wegen Mülltrennung und so, oder was wird verschenkt. Und dann gibt es diese Ecke mit den Familien, Outdoor-Spielzeug, Werkzeug, so vielleicht auch Ebay-Kleidung oder sowas, dass wir das ein bisschen sortieren. Britta, das ist das beste Beispiel von oben, wenn sie sagt, bring mal runter. Da sind Spiele drin, Jacken drin, dann ist ein Portemonnaie drin. Aber weißt du, genau das ist der Sinn. Wenn ihr das später so macht, das ist diese typische Wohnungskiste, das soll in den Keller. Dann nimmst du die Kiste, aber das nächste Mal gehst runter und du weißt, das ist was für einen Trödelmarkt, dann habt ihr hier eine Ecke. Das ist was für Outdoor-Spielzeug, dann habt ihr da eine Kiste, Outdoor-Spielzeug und das sind irgendwie die Gummistiefel. Weißt du, das hat dann nachher sein System. Du musst die halt dann ausräumen und einsortieren. Ohne System geht bei Britta Müller nichts. Und Zeit ist wichtig. Wer mit dem Ausmisten anfängt, sollte so viel Zeit einplanen, um das Ganze durchzuziehen. Zwischenstand nach zwei Stunden. Also bis jetzt, finde ich, läuft es ganz gut. Der Keller ist ja fast leer, oder Britta? Wir werden mal noch ein bisschen weitermachen und gucken, wie es noch läuft. So Britta, jetzt kommen Schätze, wo wir nicht wissen, was drin ist. Jetzt kommen die peinlichen Sachen. Das ist was Altes. Ja, das ist ein Diaprojektor von meinem Opa noch. Ai, ai, ai. Mit auch noch wahrscheinlich Film. Ja. Nie benutzt, aber ich wollte ihn einfach nicht wegschmeißen. Das ist die emotionale Abteilung, wo man nochmal in Ruhe das aussortiert. Ja. Der Diaprojektor ist halt von meinem Opa. Der Opa hat immer sehr viele Fotos gemacht. Und mit Diaprojektor sind auch so eine Kindheitserinnerung, wo man halt oft dran denkt. Jetzt ewig nicht mehr dran gedacht. Also kriege ein bisschen Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir einfach zu schade wegzuschmeißen. Also möchte diese Erinnerung noch weiter behalten, wenn ich in den Keller gehe. Kisten mit Erinnerungen sind bei Sandro und Janin jedoch in der Minderheit. Das ist zum Beispiel so eine Weihnachtsdeko. Weihnachtsdeko. Oh, das können wir in so eine schöne Kiste nachher packen, wo man auch reingucken kann. Okay, dann magst du die dann zur Deko stellen? Sehr gut. Die nächste Weihnachtsdeko. Endlich mal wieder Deko. Bitte, haben wir schon ein Fach für Deko? Ich glaube, ja. Sehr schön. Wir gehen jetzt zu Ostern. Das Schlimme ist ja wahrscheinlich, von den Sachen, die du hier siehst, sind nur ein Teil oben, weil sie gar nicht mehr weiß, was man noch für Kugeln hat und für Deko hat. Und kauft deshalb jedes Mal neu nach. Ja, genau das ist ja das Blöde. Wenn man es dann nicht mehr findet, kauft man es neu. Der Bereich Deko fällt in Janins Aufgabengebiet, die nun einmal nach dem Rechten sieht. Juhu. Oh mein Gott. Ja, das ist noch nicht ganz alles, aber wir sind auf einer guten Zielgerade. Dass wir auch da reinpassen. Weißt du, was genial ist? Das ist das meiste, der höchste Berg ist der Deko-Berg. Ja, der Deko-Berg. Also ich würde gerne mal Weihnachten zu euch kommen, wenn ihr geschmückt habt. Da muss ja richtig was los sein. Ach du Schreck. Genau. Endspurt bei Britta und Sandro. Dann ist alles raus aus dem Keller. Der nächste Schritt, aussortieren und strukturieren. Das heißt, mit Hilfe von Britta nehmen sich Janin und Sandro jeden Karton, jede Kiste einzeln vor. Habe ich mir jetzt doch nochmal einfacher eigentlich vorgestellt, weil ich dachte, ach naja, wir haben ja schon sortiert jetzt rein. Aber jetzt fängt man halt doch nochmal an, nochmal die Kisten auch nochmal neu zu sortieren. Wie jetzt mit dem Werkzeug, was man wirklich jahrelang nur mit sich rumschleppt. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber macht Spaß. Also und macht auch Sinn vor allen Dingen. Also um sich da auch nochmal zu verkleinern und aufs Minimum quasi zu reduzieren, was man wirklich braucht. Das gilt nun auch für Janins Deko-Fundus. Du suchst die Dinge raus, die du unbedingt behalten willst. Die schönsten, die geilsten, die du sofort wieder kaufen würdest, die du vermissen würdest, die du unbedingt hinstellen willst. Die anderen Sachen sind nicht aussortiert, die sind nur erstmal nicht wichtig. Erstmal alles raussuchen, ich helf dir und tust das mal hier auf diese Kisten aufteilen. Los geht's. Genau. Ja, das behalten wir natürlich erstmal. Behalten. Natürlich. Oh, wie schön. Ein Weihnachtsschein. Ein Weihnachtsschein. Ein Weihnachtsschein. Aber brauchen tun wir es ja auch nicht mehr. Kommen so richtig in Weihnachtsstimmung hier. Der bleibt leider auch. Der bleibt, ja. Leider. Was ist hiermit? Nee. Die Kugeln auf jeden Fall alle, weil du dich manchmal, scheinst du bist pink und blau, ne? Richtig. Zwei Styles. Genau. Auch Kugeln. So, sehr gut. Das ist beides. Genau, das ist bei den Kugeln sozusagen. Das Aussortieren ist geschafft. Nun geht es ans Neuordnen und Einräumen. Also wichtig ist immer systematisch, dass man wirklich Dinge, die man oft braucht, eher nach vorne oder in Griffnähe holt. Das wäre eben zum Beispiel eine Leiter oder auch sowas wie Deko, so Frühjahrsdeko, Weihnachtsdeko. Eher ein bisschen nach vorne, dass man nicht erst nach hinten, man muss da rumkramen. Wenn man sich schon dazu aufrafft, endlich mal aufzuräumen, dann soll es doch auch möglichst lange ordentlich bleiben, oder? Und wie kriegen wir das am besten hin? Aufräumexpertin Britta Müller hat zusammen mit einer Familie in Berlin den kompletten Keller ausgeräumt und aussortiert. Und jetzt zeigen wir Ihnen die besten Tipps zum Einräumen. Für das Neustrukturieren des Kellers hat Britta Müller Kisten und Klappboxen besorgt. Außerdem kommt ein Schwerlastregal dazu. Boxen aus Kunststoff schützen den Inhalt vor eventueller Nässe im Keller. Und dann machen wir einfach da drüber, machen wir jetzt mal Outdoor für die Kinder. Spielzeug. Genau, das ist ja dann da hinten das. Ja. Genau, kannst ja, links Kinder, rechts Erwachsene. Also da wäre auch ein Federbeispiel, könnte man da reinmachen, wenn man es hat. Haben wir sogar. Also alles, was mit Bälle, mit irgendwelchen Flugsachen, ne? Genau. Der nächste Schritt, entsorgen. Alles, was weg soll und keinen Wert mehr hat, kommt in den Müll. Janines aussortierte Dekoartikel, die noch gut erhalten sind, schenkt sie den Nachbarn. Kleidung und Spielzeug der Söhne spendet Sandro einem Flüchtlingsheim. Und ein paar werthaltige Dinge wollen sie online verkaufen. Ein Karton liegt Sandro besonders am Herzen. Das ist ja jetzt ja eine Kiste, wo ja wirklich nur diese Dia-Projektor-Opa drin sind, genau. Du bist irgendwie neugierig, du willst es eigentlich nochmal wissen, du willst es nochmal sehen, oder? Genau, also ich würde es gerne irgendwann nochmal wirklich mal mit den Kindern zusammen machen, mir angucken. Das ist ja noch gar nicht so alt. Bin es 1983. Aber dann war ich, äh... September 82. Meine Zeit halt, meine Jugend. Die Andenkenbox kommt wieder nach unten. Bevor Sandro und Janine den aufgeräumten Keller zu Gesicht bekommen, sorgt Aufräumexpertin Britta Müller mit Beschriftungen für eine bessere Orientierung. Doch wie bleibt diese Ordnung dauerhaft? Also die wichtigsten Regeln nach so einer Riesenaktion, wie wir sie jetzt gemacht haben, sind wirklich die, dass erstmal alle, die hier wohnen und leben, also die ganze Familie, einmal durchführen, einmal alles zeigen. Und dann ist es manchmal sogar auch sinnvoll, wenn man halt sagt, okay, das ist jetzt irgendwie... Janine macht den Keller und Sandro macht irgendwas anderes. Dass, ähm, wenn was runterkommt, dass sie das vielleicht runtertragen lässt, aber selber verräumt. Weil viele dann doch dazu neigen, es irgendwie reinzustellen. Und das ist halt gut beschriftet, alles ist zu sehen. Und wenn sich die Familie da versucht, jetzt ein bisschen dran zu halten, oder auch so einmal im Jahr vielleicht mal durchguckt und nochmal ein bisschen nachjustiert, dann bleibt das auch so erhalten. So, ihr Lieben, dann machen wir mal den Vorher-Nachher-Check. Oh, oh, okay, dann zeig mal nochmal. Also hier ist der Keller, so war er vorher, ne? Könnt ihr euch vielleicht gar nicht mehr dran erinnern, das wird ganz schnell gerne vergessen, ne? Oh, dann wollen wir mal gucken gehen, ne? Auf jeden Fall, ja. Na dann los, geh mal gucken. Ich bin gespannt. So. Halleluja. Wow. Ja, cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das ist schon. Ja. Vor allem, man kommt rein und kann sich sogar bewegen. Ja, ihr könnt sogar alle vier jetzt zusammen in den Keller reingehen. Aber wirklich, war... Ah ja, sehr cool. Deko, Arbeitsmaterial. Ja. Richtig gut. Anstrengend, ja. Vor allem, man hat ja die Sachen erstmal alle rausgeräumt. Das war ja das eine. Und dann hat man gedacht, okay, wir sortieren es jetzt ein bisschen. Aber Britta mit ihrer Diszipline und Strenge, denn nein, davon kann man noch und davon. Und macht es denn wirklich Sinn? Und wenn man halt drüber nachdenkt, dann macht es halt wirklich keinen Sinn, manche Sachen aufzuheben. Das stimmt. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch so, wie es jetzt ist, super. Hätte nicht besser laufen können. Janine und Sandro sind glücklich. Und für alle, die das nachmachen wollen, hier nochmal der Weg zum Glück. Zuerst ausräumen und sortieren, dann aussortieren und strukturieren. Was bleibt? Neuordnen und einräumen, alles andere entsorgen. Und durch Beschriften bleibt die Ordnung noch lange erhalten.